Dumpadumpadumpadump Level 50, Level 51 Da haben Leute sehr viel Zeit Nö, da spielen nur sehr viele Leute unten Action! Jackson, es geht los 4 Minuten, ich glaub ich hab da einfach zu viel eingestellt Hm, so gut so Oh nein, die Pilzspur Ich hör Oh, wie süß Da findet sich ja niemand Oh nein, da hat jemand einen kräftigen Pilzausschlag Sag, du darfst sie sterben Bö, 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 bö Huch! Was rennt denn? Nicht schlecht. Wie jagt denn alles? Schweigsamen. Okay. Anton, geh weg! Die Schweigsamen jagen, oder werden gejagt? Sowohl als auch, glaube ich. Sowohl als auch. Jaaaaaa! Okay. Jaaaaaa! Jaaaaaa! Hilfe ist tot, Mann! Oh no. Tobi ist ein Seestern und irgendwer ist eine Kokosnuss. Was? Ich bin kein Seestern. Hör doch auf zu mir, Ken. Warum verrätst du, dass ich eine Nuss bin, du? Du, Schlau, ne? Ich glaube, sie war Banane. Danke. Und ich war ein Schlitten. Und dann... Ich hab doch vorhin... Da hab ich mal Früchte jagen gesehen. So, 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 so ein Früchtetier. Ja. Ja. Früchtetier, die wir. Dumm, dumm, dumm. Ah, dieses kristallklare Wasser. Ich wollt grad sagen, ankommen wir schon nicht mal runter. Lass noch baden gehen. Hm, ne, natürlich. Muss ja, sonst wird's langweilig. Sag dir einfach, ich wäre ein Seestern, ey. Ich bin kein Seestern. Ich bin kein Muskel. Du warst so ein oranger Seestern. Da ist keiner. Doch, warst du. Nein, war ich nicht. Ich glaub, das war Heiko. Oder der Doktor. Ich hab den Seestern auch gesehen, aber ich weiß nicht, wer es war. Da ist dieser Seestern. Und da ist die Hand. Was? Dann töte den Seestern. Ah, siehste, ich war's nie. Ah, Tobi, damit. Leute, hier. Sit ihr. Häuser. Schnappt den Doktor. Ihr Scheiße. Doktor, rette dich. Oh nein. Der Doktor war mein großer Held. Das ist schon wieder Anton. Anton, der alte. Ja, Anton ist Robin, weißt du. Anton ist echt Robin. Doktor, warst du der Seestern? Ich war jetzt ein Stopp nur ab. Ich war ein Seestern. Ich kann jetzt nicht fragen, ob du der Seestern warst, was ich gesehen hab. Weil der hatte ein verdammt gutes Versteck am Anfang. Oh, oh. Hier ist jemand. Oh, oh. Ich hab doch nur 90 Sekunden. Töte dich. Da vorne. Nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Scheiße. Ja, super. Aber hier ist doch noch einer, oder? Nein. Hier ist niemand mehr. Verdammt. Ich war so kurz davor. Wo ist Heiko? Heiko? Hast du gewonnen? Warst du der Seestern, der sich unter den Kokosnüssen versteckt hat? Nein. Ich hab vorhin einen Seestern gesehen, der sich unter eine Kiste drunter zu schieben. Das war sehr gut. Okay, das ist toll. Ich stand die ganze Zeit oben auf dem Felsen und hab zugekuckt. Was? Bis dann so eine Julia zu nahe kam. Und alle Jäger plötzlich angerannt kamen. Schade, ich hätt's fast geschafft. Das war mal wieder lustig. Lustig. Ich tat mir leid mit dem Felsen, Entschuldigung. Du sagst nichts mehr. Was wie wo? Ich hab wieder Jäger. Ja, ich auch. Ja, du auch. Du bist Unkuss. Ich krieg keine behaarten Enten. Ach komm, wie sonst bist du. Aber ich kann jetzt einen Dugjam machen. Nein, einen Dugjam. Oh, das war richtig gut. Das sind die kleinen Momente im Leben, die so lustig sind. Oh Gott. So, weiter. Huch! Hast du das Hühnchen geschleudert oder was? Ja, vernünftig. Das war gar keine Absicht. Wir sind... Oh! Aber hier... Haha! Kerze! Läuft Richtung... Wir haben nur eine Rakete. Pssst! Äh, was? Nein! Julia! Es tut mir leid. Warte, ich helf dir. Lauf, Rakete! Lauf! Hä? Der hat sich weggebeamt. Wo ist... Wo ist denn... Hä? Warum ist hier einer? Na, verdammt! Ich hab echt ein Talent, meine Hühnchen wegzuschießen. Ähm... Hallo? Hallo, Grabstein? Hallo, Grabstein? Was machst du da, Grabstein? Ja, was soll ich machen? Hallo, Vase? Ne, Totenschädel. Zombie, komm! Oh nein! Direkt da! Ja, genau! Da du! Ah, ich steck fest! Ja, wie oft muss ich denn den noch treffen hier? Das ist ein Totenkopf, also... Hä? Ach da! Hä? Nein, ich brauchte jetzt das halbe... Nein! Was hat sie vorhin was eigentlich... Nein! Lass dich doch das einsammeln! Ah! Warte, warte, warte! Töte dich nicht! Töte dich wieder mich! Hört auf! Ah! Da ist sie! Ich rwayere immer noch hinterher ich sieh nur nichts mehr! G- was Oh nein! Ich... oh neeeeeeen! Numerschlauer! Noooo! Ah endlich. Oh enfim! Du hast die Bescheidigung bekommen. Viel Glück. D- Güte! Oh, hier in der Kirche? In der Kirche! In der Kirche. Oh, ein Exel! Ich muss mich schon wieder nicht bewegen. Wo ist sie hin, die Hexe? Ich muss da ran. In der Kirche ist noch eine. Bleibt auch auf dem Dach, ich weiß es nicht. Oh, das ist nicht gut für mich. Das ist nicht gut für mich. Wenn ihr den habt, der findet mich doch gleich wieder. Eine Verfindung. Hä? Hier hat sich jemand verwandelt. Wo ist denn hier? Irgendwo? Bei der Kirche da oben bei mir. Da war ich doch gerade eben. Nicht dem Pfirsich, nicht dem Pfirsich. Schießt auf den Kürbis. Der ist dem Pfirsich am liebsten. Oh! Wie kannst du nur... Wie kannst du nur... Ich hab nicht mal gesehen, wo der herkam. Oh Mann! Das ist doch nicht wahr. Ja, ich hatte auch nur noch drei Lebenspunkte. Okay. Es war jetzt nicht schwer. Ich hab nur gehört, dass ich immer verwandelt hatte. Da dachte ich mir so, hä, wo? Ich weiß nicht, ich wollte da runter, aber die Kette hängt fest. Wo ist denn der Heiko schon wieder? Das gibt's ja nicht. Hier unten irgendwie nicht. Hey, doch, ich bin unten. Ich hab schon wieder... Oh, hier geht's ja... Alter, wie groß ist denn das hier unten? Ich dachte, ich hab das nicht so groß in Erinnerung. Aber die... Ah, du bist sehr weit vorangekommen, Doktor. Hab ich grad gesehen. Hab's in Kilometer Strecke als... Ah, hier ist die andere. Das letzte ist die andere Piratenburg. ... mit dem riesigen Totenschädel? Julia, das war jetzt nicht nett. Ja. So schlimm ist Tobi auch nicht. Bla bla bla. War das das letzte? Bla blub blub. Blub 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 blub. Ah, ah, ah. Nicht so viel. Und die Musik? Sieht cool aus. Die Piraten sind cool. Wenn ihr euch in der Kanone verwandelt, dann könnt ihr sie mit eh schießen. Wirklich? Ja, aber du kannst da nicht den Jäger abschießen. Wie cool ist das denn? Und wer jagt? Julia und Heiko jagen. Scheiße. Mann, Tobi! Da, hier unten, Heiko, ist irgendwas! Hier oben ist auch irgendwo was. Oh Gott. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Himmelone! Ich dachte, es war ein Doktor. Und da oben bei dir, oder was? Ja, irgendwo hier ist auch was. Alter, hier plumpen grad Pilze auf, das ist ja immer... Wie komm ich hier rein? Heilige Scheiße. Heilige Scheiße und... Treffer! Hu! Hu! Ja, hör auch mal Hu! Glück gehabt mit den Fässern grad eben. Das Huhn schlägt noch aus, also muss hier noch irgendwo was sein. Ja, vielleicht hier irgendwo. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Uh, fass, fass. Ach, verdammt! Irgendwo ist das so ne komische Nuss. Was ne Nuss? Ge weg! Ge weg! Wie kommst du denn jetzt auf Nuss? Na, nein! Uh, knutsch, knutsch! Gehst du da weg? Oder muss ich... Gut, gut. Bist du da immer noch? Na, nein! Du musst doch nur deinen Huhn werfen, dann weißt du, dass ich da nicht bin. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, find ich diese dächtige Mango! Das klingt an einer Verstärkung! Hört, hört ihr mal auf da unten jetzt? Oh, was sagt er da unten? Hä? Ich hab auf den anderen gezielt, der ist weggepft! Der hat grad Planschen, ich kann doch nix dafür! Oh, es wird immer schwerer dich zu treffen! Was ist Toi, die Mango? Wie kommst du denn jetzt auf Mango? Was ist Toi? Egal, töte des! Also, ich war die Orange vorher. Hab ich jetzt mal den anderen erwischt? Oh, Doktor, wieder leichtes Ziel. Hey, du hast gerade erwischt. Ah, gut. Oh oh. Hey Doktor! Brauchst du nen neuen Hut? Oh oh. Ja, Alter! Hut, 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 Hut. Bewegt die... Da ist der doch irgendwo! Es gibt's doch nicht! Du solltest dir die Folge auf jeden Fall angucken. Wie ist das Dingchen aus? Irgendwo hier ist der Typ! Irgendwo hier! Danke! Ja, aber guck mal, wo ich gestorben bin! Auf der anderen Seite von deinem Web! Ich hab da oben von der... Guck mal Doktor! Da, wo du grad hinläufst, da war ich! Da oben! Ich hab da von da oben immer runter geschossen! Bis dann... Ich glaub, anderen kam hier an? Ich weiß nicht, weil mich grad immer... Da unten war doch auch die ganze Zeit irgendeiner! Weiß ich nicht! Keine Ahnung! Deswegen hat der unten immer gesucht! Ich hab halt von da oben immer weiter geschossen! Ich fand das sehr lustig! Vielleicht bin ich ja auch noch dort! Ja, ich glaub nicht! Ach, der hat an... Uah! Ich... Ich... Noob ist ja meistens einfach nur ne Hexe! Die Frage ist, ist ja diesmal auch nur ne Hexe! Das wär so... Die Frage ist, weiß der noch, wie man sich verwandelt? Nee! Gut! Der ist noch ne Hexe! Was ist denn das hier? W... Warum liegt denn hier... Ein Knochen im Kamin? Huch! Ich wusste nicht mal, dass man das Rad hier pfeilen kann! Haaa! Ist das da oben? Gewonnen! Uh, Pirat! Hammer! Hammerhart! Das da oben ist ja mein kleines Versteck! Das... Das war echt die Gastzeit, die... Die Mango! Ja, okay! Ich hab ja gesagt, ich bin unschuldig! Nein, du bist nicht unschuldig! Und Julia stand direkt vor mir und ist nicht durch das kleine Loch gekommen! Wie komm ich hier rein? Wie komm ich rein? Steht direkt vor mir! Hä? Wo komm ich rein, hä? Hä? Wo komm ich rein? Was meinst du jetzt nun? Du hast doch gesagt, wie komm ich da rein? Ich... Ich glaub ihr müsst euch mal zusammensetzen und ganz dringend über eure Probleme reden! Hä? Hä? Die kommt nicht rein, dann... Wie kann ich denn in ein... Wie kann ich denn in ein... Ein... Ein Ding reinkommen in ein... Äh... Äh... Was? Willst du... Ah, Hipster! Hipster? Jetzt hab ich's geschafft! Er hat nicht mehr gewusst, wenn man sich verwandelt! Ah, ich hab eh das Falsche! Mist! Äh, wo richtet man sich auf? Ach, schief! T �... Alter! Nee, nee, nee! Hey, ich wollt mich grad aufrichten! Kein Problem, machen wir mal! Ich hab die Falsche Fähigkeit, ich hab nicht mehr die Fähigkeit mich irgendwo hinzuverérêt' için Ich machin' ne Kopie... Oder war? Hä? Oder ist... Gut, dass du wieder runter bist, Anton. Es ist ja ruhig, halt, go. Das macht der immer. Der kann der nicht. Außer motzen, meckern und lästern. Nein, Anton, geh wieder runter. Ich bin noch unten. Ich habe mein Hähnchen versehentlich ins Feuer geworfen. Bin ich jetzt irgendwie... Hungrig? Ich fertig. Ich habe es nicht mal geschlachtet. Ich habe es einfach so ins Feuer geworfen. Nur zu ihm verantworten, und das kann auch über dir sein. Oder hinter einer Wand. Was macht man? Ich glaube, Jäger. Oh, hallo Kissen. Blöde Buch oder was es ist. Kissen. Da läuft das Kissen. Welche Jäger? Ah, da. Geschossen. Gescheißen? Was ist nun mit dem? Nein, Julia, lass dich nicht erwischen. Blöder Käse, ma. Geh weg! Käse, ma. Wo ist er? Ich glaube, hier ist gerade einer durchgeflutscht. Nein, nein, nein. Mann, ich kann nicht mehr schießen. Ich hasse dich, Julia. Ja, das ist ein Witz. Ja, hier sind gerade überall pilsig. Mann, wo ist die Kack? Ich bin nicht freundlich. Nein, irgendwie nicht. Aber wir sind doch verbannt. Das so ist normal. Ja, das mag sein. Ja. Weißt du, bei Familie hört die Freundschaft auf. Da kommt doch mal her aus. Oh, zum Beispiel bist du. Weg. Me? Mich hat ein Pilz erwischt! Die heimige Pilzrache. Hier, hier, hier. In diesem Regal. Das halte ich für eine Lüge. Ich bin oben, du Pflaume. Er ist nicht. Er sieht uns nicht. Dann wüsst ihr nicht. Ich bin eine wunderschöne Ballerina. Aua. Boah, der Pilz hat mich erwischt. Der sieht mich doch. Anton, du Arsch! Ich lache, wie geil. Er war eine Pirne. Ah, Halko. Gegen mich hast du keine Chance. Da, wo ist es, Julia? Hier oder unten? Benutzt die Hühnchen. Ja, das dauert immer so lange zum Aufladen. Ja, aber... Willst du eine Vermutung machen, wo du hin... Da, da, bei mir. Ich weiß nicht, wo du bist, um oder ohne. Legt dein Hühnchen aus, oder hast du sie gesehen? Nein. Was, nein? Du hast sie nicht gesehen? Das Hühnchen hat auch nicht ausgeschlagen. Zum Glück sind wir jetzt alle da hingeracht. Ich glaube, dass wir dich in hart, aber jetzt ist... Das ist ein Hammermeer. Hier ist hier oben im Anfangsraum! Ich habe nur Allzweckraum gemeint, oder? Weil ich habe nur Allzweckraum verstanden. Ich sagte Anfangsraum. Anfangsraum. Ah, okay. Heiko ist schon bei mir vorbeigegangen. Ich kann ja nicht wissen, dass du so unsportliche Sachen machst. Oh, ich... Vor allen Dingen, du bleibst einfach an der Tür stehen, dann kannst du nicht raus. Das war gemein. Juhu. Ach, der Strand. Gut, gut, gut. Nun, du darfst dann nicht vor der Tür vorbeilaufen. Ja, ich dachte... Ich wusste nicht, wo er rauskommt. Egal, ich hätte genug gehört. Da hören wir jemanden reden im Hintergrund. Hört mit. Wir haben gespräche. Das ist beim Doktor. Ich bin jetzt auf den Kalender, ich bin jetzt auf den... Oh, 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 oh. Interessant. Was, oh, 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 oh. Was hast du mitgekriegt, ne? Ja. Um was ging's, ne? Keine Ahnung. Das hat man nicht verstanden. Forensik. Und Drogen. Hallo, N Options. raus aus meinem haus auf dem häuschen auf dem häuschen saß denn du auf dem haus wird der wagen wird wird ein hütchen in die band das sind die Quäler nicht wollen was denn das war knapp Was tut derjenige in so einer Panik? Der hat dich in die Kiste geschossen. Was denn? Was ist denn mit den Pilzen? Du schon wieder? Wer hat denn hier einen Hut, der aussieht wie so eine Fruchtpresse? Ey, Jule, bist du vielleicht auch dort? Wie so eine Krepfutfrucht oder eine Orangenpresse auf dem Kopf. Sag ich mir auch nicht, wo ich bin. Der hat diesen Hut auf. Der ist gerade nicht rausgelaufen. Ey, nein! Oh, wenn die Jule tot ist, muss ich weg. Oh, oh. Wer ist denn gerade auf dem Haus oben? Oh. Wer schießt denn da gerade wie so ein Beklopter? Vom Hausdach runter. Tobi, wo bist du? Bist du das, Doktor? Ja, natürlich. Hast du einen Hut, der aussieht wie so eine Fruchtpresse? Ja. Ist ja geil. Uh, der Pirat ist auch immer in der Nähe. Ah ja, ist klar, ne? Alle hier. Geht mal weg hier. Lass das Holz in Ruhe. Holz. Ah, der ist da hinten im Eck. Nein! Hau auf! Sag ich doch! War aber nicht schlecht, ne? Ja, ich habe gesehen, wo der Typ kam, deswegen. Oh, ich dachte, den sieht man nicht. Oh, das Lügen-Geschichten hier. Ja doch, wenn du direkt in die Richtung guckst, siehst du dann auf dich zufliegen. Ach so, okay, das wusste ich nicht, das mein Ding gar nicht. Schade. Ja, aber wenn ich nicht bannern würde, hätte mich eh niemand gefunden, ne? Ja, das ist richtig. Ach, vielleicht nicht. Das Versteck hier oben war gerade nicht schlecht, ich habe den Kürbis. Äh, nicht den Kürbis, ne, 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 ne. Diese runde Furcht von der Palme, auf den Namen will ich jetzt nicht kommen. Kokosnuss. Genau! Und dann habe ich mich hinter die Palme runtergelegt und dachte, wir werden gut treffen. Wird ein bisschen schwer. Ja. Ah, ich fand schön, wie dann alle Jäger plötzlich da oben versammelt waren. Ah, dann hier unten, guck mal. Wo? Da. Ach so. Du warst die ganze Zeit da hinten. Ja, ich weiß, ich war hier. Das einzige Moment für andere Hexen ist mal eine Nähe. Ja. Ich lock die Jäger immer so magisch an. Sehr.